heidi ho was heidi ho hat er jetzt heidi ho gesagt ja willkommen zurück bei starbound und willkommen in der hölle ja wir sind immer noch auf diesen hässlichen rotzplaneten hier ja so langsam geht er mir auf den sack um ich weiß auch nicht um zu schwer ist kristalle ich habe jede menge kristalle ja ich auch was sind die also ich habe ein rezept bekommen für kristallblöcke dann halt ne ja ich auch aber was macht man damit also ich denke mal auch nur zum verschönern halt noch irgendwas zu verschönern ja ich nehme einfach mal ein paar mit vielleicht passt es ja gut in unseren keller rein ja warte mal alter hat er mich eiskalt hat er mich erwischt die sau hat mich eiskalt erwischt ich kann ja nicht mal sagen wie groß der planet ist ich glaube der war relativ groß ja ich werde das jetzt gleich sehen weil das wieso mal aussortieren ja ich glaube jetzt einfach mal hier stücke weiter schon macht das vielleicht kannst du ja dann links rumlaufen ja wollen eigentlich nur wieder vollweber sind das sind auch alles kristalle was ist denn das für ein was habe ich jetzt gegessen das sind normale steine normale steine gefunden ja als fußbohnen halt hier ist auch wieder asche ich weiß nicht ob sich das lohnt hier irgendwie groß reinzubuddeln wir sind sonst ewig unterwegs ja dann auf nur auf einem planeten sind wir ewig unterwegs ja eben ansonsten suchen wir uns einfach einen kleineren die sind ja auch nicht ganz so tief wieder voll in die lava gesprungen ja bist du ja wirklich tot war ich hoffe es erst mal nicht aber es wird sogar hell hier drauf ja als dauert die wird lange dann kann ich auch das hoffen dass der tag auch so lange dauert hoffe ich auch das hoffe ich und ne musik hat sich auch aber jetzt leider nur kohle am obergrund der planet ist groß ok habe ich gesehen schon weil das problem ist ja ich muss immer noch nach rechts laufen ja ja für dir zu kommen obwohl ich schon ganz ecke gelatscht bin ja dann machen wir einfach so lange bis jeder stirbt und da oder bis ich sterbe und dann suche ich einen kleineren planeten ja ich bin jetzt gerade auf dem weg zu dir ja ja ich bin noch weg zu dir ja ob wir keine truhen mehr sind wissen wir ja nicht also wir überrunden ja den planeten ja leider nicht weißt du na doch schon machen wir ja gerade also ich ja du ich bin gleich da da läuft doch noch links oder nach rechts nach rechts naja dann wird es schwer dass wir uns treffen wenn ich auch noch rechts lufe willst du nicht auch also ja ich komme ja jetzt ging aber warte ja unbedingt haben dass ich nach links laufen soll fahr jetzt ein extra nach oben nochmal gehe ich jetzt auf der entel schiff wieder runter das wäre ja quatsch wenn ich jetzt auch mal links lufe ja stimmt so oh das wurde ja hell ja und es gibt berg leute ach da sind so eine bösen viecher ja die hatte ich vorhin auch schon mal gesehen so nicht böse viecher na diese kaputzen männer oh ja ja ich habe ein tempel gefunden siehst du hast gesagt ich sei gut all zu viel schaden machen sie nicht die typisch hier warum esse ich kann ich kann ich den chili mehr essen die frage ist warum willst du chili essen gespannt wenn ich jetzt da runter gehen und sterbe dann wie es besteht der vorteil ist ich glaube das ist so ein tempel wo wir das modtemplem finden was wir noch brauchen wo wir auch nicht so wirklich wissen wie das aussieht aber die können das zum glück ich habe die mit ihnen schlag getötet die monster die templer und sehr gut so hier ist nichts aber das neuer ist cool das ist praktisch das leuchtet den weg du meinst in den regen ne diesen feuerregen ja oh guttach schmied du hast den schmied gefunden ja cool aber der redet nicht mit mir vielleicht redet er dann nicht mit jedem redet denn der mit mir nicht ich nicht das ist ne sonne also ein sonnensymbol habe ich schon mal gefunden dann schlecht jetzt muss ein tisch jetzt habe ich alter falter rennst du oder was ja aber die härtet ab okay inwieweit hatte die ab weil du wirst sauer dass du doppelten schaden machen kannst und äh doch ah ok lol das sehe ich ja jetzt erst hier feuerdinger die immer unten sind ja die bewegen sich die feuerdinger na hier die runterkommen und die uns den weg leuchten ja das sind das sind kleine tiefchen ach so ok die bewegen sich weil ich gerade im haus war und da war gerade feuer drinnen da muss ich überlegen woher kommt der titel jetzt na oder der wind manchmal wenn der wind günstig steht dann kann das auch passieren oder ja aber also bin ich mir jetzt nicht sicher ja ich werde jetzt erst mal bauen ja hier ist jede menge kohle kann das sein ja kohle ist zuhauf da aber der rest halt nicht doch also ich finde schon mal ganz gut dass die monster jetzt hier also die anderen fügelchen hier nicht ganz so schwierig sind das könnte man schaffen könnte man eigentlich schaffen so jetzt mache ich erstmal hier wassermarsch erstmal alles löschen hey das klappt wirklich also für den zauberstab finde ich klasse man muss zwar ziemlich genau zielen damit aber dafür macht er ordentlich schaden aha hello so feuer voll oh scheiße ah verdammt der war ein bisschen stärker blöd was hast du schon wieder gemacht ich bin natürlich gestorben natürlich gestorben ach du bist immer noch auf der linken seite ne der planet muss riesig sein ist groß ich suche jetzt einen klen boah bist du zu eitel dir jetzt da rum zu gucken ha 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 wißt du wie riesig das äh so die normalen klenplaneten die wir besuchen so 3000 ne der 6000 einfach mal ok hm ich glaube ich kann Volcanic das sieht doch ganz gut aus oh was haben wir eigentlich schönes eingesammelt das sonnensymbol wissen nicht vielleicht brauchen wir es nochmal aber ich weiß nicht aber wo komm ich jetzt hier hin wo noch ein paar kristalle sammeln ich habe hier auch ein schwert eingesammelt 461 ich jo alter was ist ein yellow äh wackel ok ich wollte schon sagen das scheiß was haben wir hier noch oh ne das ist mir zu lahm kristalle kristalltruhe also ich habe rein theoretisch bin ich auf neun planeten ne also und was hast du gefunden also ich bin noch nicht runter gegangen ich frage es soll ich auf dich warten oder soll ich schon mal ein bisschen gucken äh ich komm leh ich bin hier gerade am gucken die probieren wir mal aus oh shit so bäubchen habe ich ja überall auf jeden Fall sind hier immer viele böse ist das schon mal aufgefallen mhm aber kaum kisten war mhm was habe ich hier aufgesammelt 400 einhand ja die ist auch zu lahm das wohl lieber ist wenn du eine halbwegs gute waffe findest ne ist die wahnsinnig lahmarschig ja aber macht richtig böse naja ich habe jetzt hier so eine einhändige gehabt die hat 450 also so viel war es jetzt auch nicht hier ist auch wieder so ein händler der hat aber auch nur wieder klamotten ich bin mir nicht sicher ob das überhaupt so gewollt ist und hast du mal geguckt was denn oh ich habe was gefunden ok was oh hat weh halt was aus rechts das ist bestimmt auch bloß viele kohle was ich hier habe ah der ist tot geil ha nur mal den Tempel ausräumen da ist das derselbe an dem ich war ja da liegen Pixel rum und Zeug rum ja dann kann es das sein so ein äh Geflügeltempel ne warte ich guck gleich konnte ich jetzt nicht richtig sehen weil er kam mir entgegen und ja hey Leute die springen nicht hier hin und her die ja das ist so ein Tempel mhm die linke Seite müsste fast komplett leer sein da habe ich nämlich schon aufgerückt nur auf die rechte Seite noch nicht ja so ein Flügeltempel mhm genau wenn du mal an dem bist guck mal gleich ähm das muss so eine Wanddekoration sein dieses Mondemblem ah das was wir früher hatten ich weiß nicht ob wir das schon mal hatten auf jeden Fall brauchen wir das für diese Ene Mission das muss so ein oh alter ich habe Solarium gefunden haste? in einer Kiste in einer Kiste ja vier Stück ist jetzt nicht erstmal so viel aber es ist ein Anfang geheimbrüche hier also das Ding ist das muss ein bisschen aussehen wie äh tja wie soll ich es beschreiben wie so ein Adler so sieht das aus ja das Ding was wir auch hatten mal ich glaube wir hatten das auch mal ja in einer alten in einer uralten Bude ah du hast hier alles schon tot gemacht auf der rechten Seite ja die linke Seite es müssten nur ein paar sein alter das hackt hier übelts bei mir im Planeten war bei mir auch weil die Frameräter ja auch viele Leute sind glaube ich viele Leute ich bin nur nur in dem Tempel vorne schon drin achso ok wo noch nichts los ist mhm ja ich versuche das jetzt abzu so wie eine Sonne aussieht und ein Adler drauf mhm naja eigentlich soll es ein Mond entblieben sein also nicht eher wie eine Sonne sondern eher wie ein Mond ah kennst du noch von früher diese Burg mit dem Ritter ja ich stehe vor so einer Burg ich stehe vor einer Burg also ich stehe davor halt aua der haut so so ist auch nichts mehr los ist alles gekillt hier das ist ja gut ja eine Seite schon oder eine andere Seite soll auch noch ein bisschen Spaß haben das können wir dann hier gleich mit der Burg machen gleich da ja hier unten hier unten geht's ja noch ah ich hab welche gefunden machen die überhaupt nicht schaden bei mir ne war bei mir zum Glück auch so ich hab nen Gong gefunden ja ich bin auf dem Altar scheiße komm ich nicht hoch äh ich hab Diamanten gefunden ne da warte ich lieber auf dich dann geh ich doch mal andere Seite rum weil das ist ein ganz kleiner Planet ich hab Diamanten gefunden ich hab Diamanten gefunden Diamanten sind natürlich gut wo es mich natürlich reizen würde um mal nach unten zu gehen aber wir kriegen ja ne Macke wenn man dieses scheiß Opsodien hier ja diese Tauben auf dem Balkon ne ich geh mir so auf den Sack ja nimm doch die Knicker und Kneiser ja ja wenn ich nicht so ein Tierfreund wäre naja du Tierfreund? äh Großer? ja wärst du bei den Planeten geblieben warum ich arbeite mich gerade durch durch ne äh Schicht die richtig gut ist ok ich hab jetzt hier nochmal äh vier Solarweam und ne Küste gefunden eine Trompete und ne Gitarre Trompete und eine Trompete ähm in den Kisten finde ich Solarium acht Stück haben wir jetzt bis jetzt sehr gut brauchen wir wahrscheinlich tonnenweise aber ich geh mal davon aus dass wenn wir das Ding schon mal geupgradet haben dass wir dass wir dann ja relativ gut durch Opsodium durchkommen ja das ist ok äh ja ich hab hier wieder was gefunden uah ach ach alter ist ja geil ist er offen oder ist er ne das ist ein alter geil Ritter ja also ich hab auch so eine Ritterburg und Opsodion hab ich jetzt auch gerade gefunden oah Solarium meinste Scheiße ja sehr gut da geh ich erstmal hier rein ich versuche jetzt auch mal hier so eine Schicht zu finden aber oh ich hab jetzt noch was ganz anderes gefunden ok wie hieß das äh Crafting achso das wird ja bloß das Rezept sein ne 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 das ist was ganz anderes ich weiß nicht für was aber ich weiß nicht für was aber na cool was ist das eigentlich für ne Schicht und die dauert auch schon so ewig ja bei mir nicht hier mhm ja Tempel hier kannst du hier ne geheimtür öffnen mhm ist ja bist du ne neue koch unter sie haben ähm ich ne also hier so ein blueprint oder was ja zum kochen ja das ist nimm so mit mittelalter mäßig kann ich will hier Sachen kochen das sieht doch auch Marmelade kann es kochen kann mir Marmelade kochen aber hier geht doch die Schicht auch wird jetzt hier erstmal aber bei den Büchern ja hier sind diese kennst du ach die Roboter sind hier auch weil der ist lieb der macht nix boah geil ach hier ist noch eine Armeestation Armeestation? mhm kennst du das noch mit diesen Robotern die so ein Schutzschild hatten ja ja so so Ena ist das ja Absodion ja viel viel Sonnen boah sasten jetzt äh 8 8? ja ich gucke gerade auch äh Vivium äh 8er hast du äh warte mal dann kann ich ja gleich mal gucken ja wir brauchen ja mindestens ähm 20 20 40 oder? 40 werden wir brauchen da oben hin? ich glaube ich gehe rein ich glaube ich gehe da rein ja Diamanten habe ich neune jetzt mhm Obsodion habe ich jetzt äh 23 und Solarium jetzt so ja Solarium war 23 sehr gut und äh Volvium äh hier das violette Zeug hab ich auch jetzt gerade noch nebenbei gesammelt das sammle ich gerade nebenbei irgendwas habe ich neu gekommen was meine ähm der Vorteil ist ähm man findet hier relativ viel für den äh viel Elektrogram scheiße hätte ich noch nicht öffnen sollen so wie da war und Diamanten sammeln die finde ich hier jede Menge warte gibt es nicht so sowas wie ähm oh schon gehabt ist er hier wie äh wie heißt das ähm was ich auch noch absolut vermisse ist äh dieses Jump Level ja ja das war eigentlich auch ganz witzig das haben sie bestimmt rausgenommen ja oder wir haben es bloß noch nicht gefunden ja geil wow ich habe übelst die große Ader gefunden Solarium? ja sehr gut jetzt ist schon bei 60 na top 61 na da hast du eine gute Schicht gefunden das ist top ich mache jetzt hier diese kleine Höhle nebenbei ich werde erstmal Dings dann erstmal abgeweilt ist das? das Ding ja 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 noch mal erst dass wir dann durch den Apsodium durchkommen ne? ja ich habe auch gut Pixel wieder gefunden also 6000 jetzt mittlerweile ja ich habe 3000 ich bin auch mehrmals gestorben ja ja aber es war eine gute Idee dass ich auf dem Planeten geblieben bin ja denke auch aus dem sind die Leute jetzt gezwungen auf beiden Kanälen zu gucken ja oh hier gibt es schon neue Toiletten Tablettchen Tablettchen ne Toiletten ah Toiletten Tablettchen Tabletten verstanden nehm ich mit ich tue jetzt Toiletten sammeln so das kann weg so ach hier ach hier mhm ein Schlagknüppel ist auch geil Schlagknüppel? na hier so ein Polizeistab naja ich weiß was Agion habe ich geholt mhm ok das A A A wie heißt das? A Igisaut ob wir das heißt ja richtig das habe ich auch hier gefunden kühlschrank kann man noch nicht ne was kühlschrank kann man auch noch nicht ach ja und hier ist ne Couch alles mit dem hier mal langsam hier aufräumen Glück habe ich Kisten, die stelle ich jetzt hier hin und tue meinen ganzen Scheiß, was ich nicht mehr brauche. Ja. Nein, machen. Geile Idee. Wenn am Wies nicht bescheht. So, die Scheiße, womit ich nicht. An sich gehen die Kollegen hier. Hä? Die Kollegen gehen eigentlich an sich. Ja? Hm. Mich holt jetzt, dass diese Roboter sich nicht wehren. Ganz einfach vermöbeln hier alle. Wieder welche ärgern, was eigentlich nicht sein soll. Wurde ich nicht tun, weißt du doch. Ich bin auch immer fair und gerecht. Ja. Das bist du. So, die ganzen Samen und so, das brauche ich nicht. Ne. Eigentlich brauchen wir es nicht. Ne. So, jetzt sehe ich hier die ganzen Rohstoffe. Ja. Das sieht ja aus hier. Äh, die Erde, die fliegt weg. Das ist... Ne Spitzacke. Acke. 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 Die lege ich hier hin. Das hier hin. Schön, schön. Spontagen braucht man ja immer manchmal. Ja. Da habe ich auch unser Glück noch reichlich. So, jetzt sehe ich hier den ganzen Plunder hier von Lava und... Das hier. Aber eigenartigerweise bricht jetzt meine Framerate auch ab. Ja. Manchmal ist es komisch, ne? Ja. Ja, ja. Wie es... Ja, ist wirklich sehr komisch. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Und jetzt brauchen wir das noch? Oder... Erstmal? Oder... Hm, ich wüsste nicht wofür. So. Sagen wir es mal so. Wenn das, können wir immer noch jederzeit holen. Ja, ok. Scheiß Gift schon wieder hier, ey. So. Jetzt erstmal. 3, 3, 5. Mh, hm. Muss doch mal jetzt hier... Machen wir welche... Samen wieder. Können wir uns wieder... Können wir uns wieder besamen hier. Mit dem Zeug, was ich gerade gefunden habe. Hä? 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 Wie ist die aus? Nix, können sie. Voll. Die Kiste ist voll. Also jetzt bin ich gleich mit dem Planeten rum. Aber leider... Gab's jetzt hier nicht so viel. Dann mach ich jetzt diese komische Brück noch. Hm. Na... Hoffnung, dass ich irgendwas finde. Aber wieso hat er mich gekillt? Das ist ja krass. Hat er? Hat er. Ja. Aber die killen dich nicht. Ne, hätt ich auch nicht gedacht. Ach, das Sonnenzeichen muss ja hier bleiben. Der wird auch noch nicht mehr auf zu schlagen. Oh. Soll ich ausversehen den Händler gehauen? Ah. Will er äußerst frech von mir. Leute hauen? Hm. So, jetzt sieht's ja mal ein bisschen orky aus. Ja, dann sollten wir uns den Planeten auf jeden Fall aufschreiben, ne? Für... Solarheim abbauen. Will ich reingucken, ne? Ja. Ey, mit Splitzhacke kommst du auch hier gut weit. Hm, okay. Ah, jetzt weiß ich, was ich noch mitnehmen wollte eigentlich von meinem... Weißt du, was ich meine? Hm, ne. Kann ich mal sagen, was ich mitnehmen wollte eigentlich. So, 100 Solarium habe ich jetzt gleich. 100? Sehr gut. Da können wir auf jeden Fall was mit anfangen. Ja, du wirst ja nicht wie viel Solarium. Ja, wie viel beim Einschmerzwiller verloren geht und das und das und das und das. Ja, ja. Das grüne Zeug bringe ich auch gleich mit dann? Ja. Boah, hier ist wirklich eine gute Schicht. Ich bring jetzt ja alle im Schloss um und dann... Können wir uns eigentlich wieder zu Hause treffen, ne? Boah, hier bricht die Framerate richtig ein. Ne, da ist... hier ist zu viel los. Jo, ja. Da sehen wir dann in der nächsten Folge vielleicht auf mein Kanal? Oder auf seinem Kanal, wo wer jetzt so ist? Genau. Jo, leute. Man hört sich, wa? Jo, alles klar. Tschüüüüüüüüüüüüüüß! Tschüss.